Er ist zerbrochen, das Scheißding. Der Toilettensitz? Ruf den Rettungswagen oder sonst wen. Ich komm nicht hoch. Verstärkung? Ich will nicht fallen. Was ist los? Sie steckt fest, der Sitz ist gebrochen. Wir haben die Feuerwehr verständigt, um sie zu befreien. Sie könnte einen Herzstillstand erleiden. Da wären wir machtlos. Sehen Sie bereit? Können Sie sich abstützen? Ja. Den Stuhl ran. Hinsetzen. Der Sitz ist hinüber.